Willkommen zurück zu Anthony Tristan und Yu-Gi-Oh! öffnen heute machen wir Ancient Battle Finn Yu-Gi-Oh! Ich weiß nicht, warum das wirklich Finn heißt Ja, Finn Ancient Battle Finn 2021 Schwerter 18 Karten pro Booster-Pack, 1 Prismatic, Secret-Rare, 2 Ultra-Rare, 2 Super-Rare, eine Rare-Karte und 12 kommen. Na, das geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da sind die Secret Rares Gaia, der magische Ritter der Drachen Wunderschöner Artwork Unglaublich wunderschön Steinbefreier Zeichen Und Mai Himmel, die Virtuell-Welt-Lulu Habe ich jetzt den Meta-Decks nicht gesehen Danke, dass ihr zugeschaltet habt Und wir sehen uns in der nächsten Episode von Karten öffnen Mit Anthony Trist ZDF, 2020 AnnCapino D Untertitelung des ZDF, 2020